Heho, 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 werte Zuschauer, ich grüße euch, ich habe wieder mal einen Gast da und zwar den Agitator der sozialen Marktwirtschaft und wir wollen heute über Verschwörungstheorien reden, ein Thema, was glaube ich in aller Munde ist, was viele Leute interessiert und wir wurden ja auch beide schon von unterschiedlichen Leuten als Verschwörungstheoretiker oder Schwurbler bezeichnet, ich jetzt gar nicht mal so oft, mich wundert es teilweise sogar ein bisschen, weil das ja eigentlich recht schnell gezogen wird bei vielen Leuten. Du warst ja sogar in einem Video, wo der Titel war, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist oder Verschwörungsideologe heißt es inzwischen, aber es meint, glaube ich, das Gleiche. Ja, und du hast mich gefragt, ob wir mal da einen Talk drüber machen wollen und ich beschäftige mich ja auch so manchmal mit dem Thema, deswegen natürlich, hier sind wir. Ja, das würde mich jetzt mal als erstes interessieren, wieso wurdest du als Verschwörungstheoretiker bezeichnet? Na ja, also zum Beispiel in der Corona-Pandemie habe ich in Frage gestellt, ob es eine clevere Idee ist, um 22 Uhr Ausgangssperren zu machen oder ob eine Kulturveranstaltung oder ein Museumsbesuch denn wirklich so gefährlich ist, ist, dass man das einschränken muss, während man Karneval oder Fußballspiele veranstalten kann oder während man prall gefüllte Busse in Großraumbüros fährt. Und dann habe ich so ein bisschen gesagt, naja, vielleicht sind die Maßnahmen nicht alle so perfekt und da gab es dann direkt, aha, du willst wohl die Krankheit leugnen. Und ich dachte so, nee, ich glaube halt, ich glaube nur, das ist nicht unbedingt der beste Weg, das zu bekämpfen, dass man sagt, in der Wirtschaft könnt ihr euch alle infizieren ohne Ende, gar kein Problem, aber sobald ihr dann irgendwie mal abends einen Spaziergang machen wollt, ist das halt gefährlich und ihr solltet eine Strafe kriegen. Das habe ich, sowas habe ich kritisiert und dann wurde direkt so getan wie, aha, er ist jetzt auch bei den Querdenkern und sowas. Das ist mir mal passiert. Also vor allem, du hast ja nur die Bundesregierung kritisiert. Das heißt, man hat dir dann quasi unterstellt, dass du die Bundesregierung als Verschwörung darstellen würdest. Also anders würde dieser Vorwurf ja keinen Sinn ergeben. Ich glaube, die vielen Leute wissen gar nicht genau, was der Begriff eigentlich heißt, sondern es wird ja auch regelmäßig ein Verschwörungsideologe oder Theoretiker einfach abgekürzt mit einem Verschwörer oder die Verschwörer-Szene. Ja, das ist halt nicht das Gleiche. Das ist schon fast das Gegenteil. Ich meine, Verschwörungstheoretiker, die bilden sich ja Theorien über Verschwörungen, wie sie ja dann größtenteils nicht mögen. Um das jetzt mal relativ neutral zu formulieren. Wir gehen da gleich noch ein bisschen mehr in die Tiefe, aber erst mal, was sind denn die Verschwörungstheorien, die dir in den letzten Jahren am meisten aufgefallen sind? Boah, am meisten? Ich glaube, 9-11 war so ein bisschen die Verschwörungstheorie, die jetzt sich seit 20 Jahren immer noch hartnäckig hält und die damals besonders sehr, sehr verbreitet war. Jetzt natürlich Corona, weil es so aktuell war, gab es einige Spekulationen. Welche Theorie bezüglich 9-11 meinst du, dass sich da ein paar islamistische Terroristen verschworen hätten, dieses World Trade Center da durch Flugzeuge anzugreifen? Meinst du die Verschwörungstheorie? Ich weiß, wo es herkommt. Nee, nee, also die einen sagen, da sind ein paar Bekloppte mit dem Flugzeug da reingeflogen und ein paar andere sagen, ja, vielleicht, aber eigentlich war Sprengstoff drin und George Bush war schuld. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt herausfinden können, welche Version stimmt. Man kann natürlich einfach sagen, der eine Überbringer der Nachricht wirkt irgendwie seriöser als der andere oder ich möchte die eine Seite lieber glauben. Aber es ist doch beachtlich, wie selten Wissenschaftler darüber reden und wie oft irgendwelche Leute, die von Physik gar keine Ahnung haben, die erzählen wollen, wie ob Flugzeugbenzin jetzt in Stahlträger schmelzen kann. Und das sind Leute, die von Physik oder Chemie gar nicht so viel Ahnung haben. Die haben es einfach irgendwo gehört. Aber gut, die haben, also es gibt auch ein paar Argumente, die schon irgendwie einen zum Zweifeln anregen, was sie ja wahrscheinlich auch sollen. Ich glaube, wir können das sehr einfach subsumieren. Wir beide haben uns damit zu wenig beschäftigt, um uns ein Urteil bilden zu können. Jeffrey Epstein habe ich noch. Stimmt, das habe ich auch jetzt in letzter Zeit häufiger gehört. Da gibt es ja auch wieder verschiedene. Also im Grunde ist ja eine Verschwörungstheorie einfach die Unterstellung, dass sich ein paar Leute im Hinterzimmer zusammengesetzt haben und sich eine Geschichte ausgedacht haben, die sie der Menschheit erzählen und hinten machen sie aber eigentlich was anderes. Also sie wollen dir irgendwie was Böses, aber sie verkaufen es dir als was Gutes oder geben wem anders die Schuld oder so. Aber eigentlich sagt man da hinten, im Hintergrund stecken da Leute unter einer Decke und die führen nichts Gutes im Schilde. Ja, aber da hast du vollkommen recht, um mal zu 9-11 zurückzukehren. Da sehen wir ja, Verschwörungstheorie heißt ja einfach nur, man bildet eine Theorie darüber, ob sich jemand, also dass mächtige Leute im Geheimen etwas planen. Und das heißt, ob man jetzt Al-Qaida-Terroristen unterstellt, dass sie das World Trade Center gesprengt hätten oder ob man das der amerikanischen Regierung unterstellt, das sind beides erstmal Verschwörungstheorien. Ja, aber das eine ist halt tauglicher für CNN und Fox News und Co. Wie gesagt, ich will da jetzt thematisch gar nicht reingehen, da wir uns mit dem Thema zu wenig beschäftigt haben. Aber das zeigt doch schon mal, dass man diesen Begriff, wenn man ihn denn neutral verwenden wollte, dass man ihn da gar nicht so verwenden würde, wie man das in den Medien häufig sieht. Ja, also Jeffrey Epstein, hast du dich damit ein bisschen befasst? Nein, nein, ich habe nur gemerkt, dass der, der hatte, hat man irgendwelche Filme über mächtige Leute gehabt und wurde dann tot in seiner Zelle aufgefunden. Ich habe nur gekriegt, dass das ein sehr seltsamer Fall war, mehr nicht. Also grob zusammengefasst ist, dass, ich glaube, die offizielle Geschichte zuerst ist, dass ein sehr reicher Mann irgendwie mit allen Kontakt hat, mit Bill Clinton, mit Bill Gates, mit Donald Trump und mit ganz vielen verschiedenen prominenten Amerikanern, die auch in Machtpositionen sind oder sehr viel Geld haben, dass der mit denen verkehrt hat und man gar nicht so genau wusste, wer das eigentlich ist. Man hat im Nachhinein irgendwie gemeinsame Fotos gesehen und gesagt, dieser komische Mann hier, der hängt mit denen allen rum oder mit vielen und es wurde, glaube ich, erst die Geschichte erzählt, er wäre irgendwie eine Art Finanzverwalter gewesen. Jedenfalls hat er wohl so eine Insel gehabt, wo, also es gibt ja Leute, die privat einfach eine ganze Insel haben. Da hatte er ein Haus drauf und da waren gewisse mächtige und reiche Leute hin und wieder mal zu Besuch und die sind auch mit ihm gemeinsam in einem Flugzeug geflogen oder gemeinsam im Privatjet oder auf irgendeinem Schiff gewesen und irgendwann wurde der Mann halt verhaftet und es wurde gesagt, es gibt Anschuldigungen, dass er mehrere Minderjährige sexuell belästigt, genötigt, wie auch immer haben soll. Also man weiß, glaube ich, nicht ganz genau, was er jetzt wirklich gemacht hat, aber er soll wohl sexuelle Dienstleistungen entgegengenommen haben von Minderjährigen und dann kamen natürlich Spekulationen, wer von den Leuten, die da mit ihm unterwegs waren, davon wussten oder sich sogar beteiligt haben. Dann war er in einer Zelle, in einer Suicide Prevention Cell übrigens, mit einer Wache, Überwachungskameras und so weiter. Ja, und dann plötzlich hat er sich suizidiert in der Suicide Prevention Cell und es hat keiner so richtig mitbekommen, wie das jetzt passieren konnte. Und dann gab es Autopsien und man hat gesagt, eigentlich sieht es wohl mehr so aus, als hätte dem vielleicht jemand erst das Genick gebrochen und den dann an einen Galgen gehängt. Und das ist ja auch irgendwie sehr verdächtig, dass zufälligerweise genau in dem Moment, wo er sich umbringt, die Kamera nicht funktioniert und die Wache kurz weggeguckt hat. Und dann gibt es natürlich verschiedene Spekulationen, wer dahinter stecken könnte. Und inzwischen gibt es wohl sogar Leute, die sagen, dass eventuell dieser Mann nicht nur ein Mann gewesen ist, sondern dass es da quasi einen Ring gab mit mehreren Beteiligten und man sich dann irgendwie bedroht gefühlt hat und dann einfach diesen einen Typen vorgeschickt hat und gesagt hat, ja, hier, der war das. Der kommt jetzt in den Knast. Oh, ups, der ist ja jetzt auch noch tot. Und dann ist das Thema ja auch gegessen. Deswegen, also es gibt verschiedene Vermutungen, wer noch drin stecken könnte und wer ein Interesse haben könnte, das zu verschleiern, so grob zusammengefasst. Das hört sich mir relativ bekannt an. Das passiert bei organisierten Verbrechen häufiger, bei Mafiosi, die gefangen genommen werden, dass die dann in Gefangenschaft sterben und man nicht weiß, wer es war. Also sowas hört sich mir sehr bekannt an. Ja, also es waren wirklich eine Menge Zufälle. Es war, glaube ich, auch, er hatte, glaube ich, auch eine Doppelzelle mit so einem, mit so einem sehr trainierten, ich glaube, ehemaligen Navy Seal oder sowas und der hat natürlich auch nichts gesehen und der hat ihn natürlich auch nicht irgendwie geschnappt und ihm das Genick gebrochen, sondern der hat... Warte, er saß da drin mit diesem Navy Seal und der hat nichts mitbekommen. Ich glaube, der war auch mit in der Zelle, soweit ich weiß. Ich bin nicht 100 Prozent drin, aber das war so die Geschichte, die ich gehört habe. Es gibt jedenfalls, es gibt auch Netflix-Filme und sowas zu und man weiß es halt nicht, ob das jetzt... Eventuell hat er sich ja auch selber gehängt, eventuell auch nicht, man weiß es nicht. Also vielleicht hat er seinen Zellen in Sasse genauso wie die Wache das halt zufällig genau in dem Moment nicht gesehen. Wer weiß, Zufälle gibt es. Passiert im Besten. Ja. So, was hat man noch mitbekommen? In Nord Stream 2 hat man in letzter Zeit viel drüber gehört. Ja, aber was ist da die Verschwörungstheorie? Also wir hatten es ja gerade schon bei 9-11, dass wenn man den Begriff neutral verwenden würde, dass man dann den völlig anders verwenden würde, als in den Medien meistens verwendet wird. Aber auf wen wird der Begriff Verschwörungstheorie in den Medien meistens angewandt? Eigentlich auch auf die unliebsame Meinung. Das heißt, bei Nord Stream auf die, die sagen, die USA war es. Ja. Also einer der renommiertesten Investigativjournalisten der Welt ist dann plötzlich ein Verschwörungstheoretiker. Also Nord Stream, die Pipeline, die lief ja zwischen Russland und Deutschland. Und plötzlich ist sie in die Luft geflogen. Und man hat überlegt, wer könnte es gewesen sein. Natürlich, erster Verdacht, Putin war es. Und muss nur Nord Stream 2 der Vollständigkeit halten, bevor uns in den Kommentaren nicht einmal wieder einer korrigiert, ein Strang von Nord Stream 2 und beide Stränge von Nord Stream 1 wurden genau genommen in die Luft gejagt. Ja, und dann wurde natürlich gesagt, Putin war es. Dann haben Leute gesagt, warte mal, Putin betreibt doch diese Pipeline. Warum sollte der seine eigene Pipeline in die Luft jagen? Ja, vielleicht Falls Flag irgendwas. Vielleicht, weil er sauer ist auf Deutschland. Verschiedene Begründungen. Dann gab es wiederum von Seymour Hersh, eigentlich einem sehr renommierten Investigativjournalisten, eine, ich weiß nicht, wie nennt man es jetzt, eine Behauptung, der gesagt hat, nee, nee, warte mal, die USA waren das? Er hat Kontakt im Sicherheitsapparat der USA und die zitierte erhalte. So hat er an der Aufdeckung des Milai-Massakers mitgewirkt, an der Aufdeckung von Abu Ghraib. Also es waren schon zu viele Geschichten von ihm wahr, als dass man ihn jetzt einfach ignorieren könnte. Ja, jedenfalls wurde das dann auch bei Lanz und Co. diskutiert und gesagt, das ist immer Hersh, eigentlich toller Kerl, aber das ist jetzt eine Verschwörungstheorie. Also ansonsten hat es immer gestimmt, aber das jetzt nicht. Also das kann ja gar nicht sein, dass die USA diese Pipeline angegriffen haben und eventuell sogar Beteiligung der Ukraine, das kann ja auch nicht sein. Und dann gab es da verschiedene Varianten. Da gab es doch diese sehr witzige Szene bei tagesschau.de. Weiß nicht, hast du das mitbekommen? Sprengstoff in Pflanzenform unwahrscheinlich, weil sie das Profisieren aus dem Englischen nicht übersetzen konnten und vernünftig. Ja, das habe ich mitbekommen. Also das sind diese berühmten Faktenchecker. Faktenchecker. Die haben das debunked und in der englischen Version stand der Satz Plant-Shaped Bombs. Und Plant kann Pflanze heißen, Plant kann aber auch Platzieren heißen. Und ne, Plant-C4-Shaped Bombs, glaube ich. Ne, jedenfalls, also er hat geschrieben, da wurden Bomben platziert und in der Tagesschau stand, da steht irgendwas von pflanzenförmigen Bomben. So ein Unsinn. Ja gut, das war doch ein sehr witziger Moment. Ja, diese Faktenchecker, die sind, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die benutzen dieses Wort Verschwörungstheorie nämlich gerne dazu, um ihre Gegner zu diffamieren. Also jetzt beispielsweise Simo Hirsch. Hast du einen Faktencheck zu Marie-Agnis Strack-Zimmermann gesehen, die Monate nach dem Anschlag noch behauptet hat, es waren die Russen? Es ist ja wirklich felsenfest behauptet, es waren die Russen. Da habe ich auf meinem Zweitkanal auch ein kurzes Video, wo das bei Jungen naiv rausgeklippt wurde aus dem Interview. Ohne Beleg, ohne irgendwas. Hast du einen Faktencheck dazu gelesen? Oder dass man, keine Ahnung, in der Nachrichtensendung gesehen? Ne, also man merkt schon, man merkt schon, welche Seiten mehr von den Faktencheckern in die Mangel genommen werden. Also ich glaube, wenn eine Wagenknecht was in einem Interview sagt, da sind die Faktenchecker schon eher in der lauer Position als bei Marie-Agnis Strack-Zimmermann. Da ist es halt so, sie kann eigentlich erzählen, was sie will. Und ich glaube, da fange ich jetzt mal an, wo mir das Wort Verschwörungstheorie, seit wann mir das so sauer aufstößt. Also bis Corona, da habe ich auch gedacht, also auch während Corona noch, da habe ich gedacht, okay, Verschwörungstheoretiker, das sind irgendwelche Irren. Doch jetzt mit Beginn des Ukraine-Krieges, da ist mir plötzlich aufgefallen, wie wahllos dieses Wort Verschwörungstheorie verwendet wird. Wenn man beispielsweise sagt, in der Ukraine hat 2014 ein vom Westen unterstützter Putsch stattgefunden. Also ohne jetzt darauf zurückzugehen, zurückzugehen, wie groß die Unterstützung des Westens war. Daran forschen Historiker ja immer noch. Aber da haben sich offensichtlich provestliche Kräfte an die Macht geputscht. Und der Westen hat diesen Kräften dann so gut es gegen den Rücken gestärkt. Also das ist ja einfach ein historischer Fakt. Und selbst das wird von vielen Leuten als Verschwörungstheorie diffamiert. Von diesen selbsternannten Faktencheckern beispielsweise. Oder die Behauptung, in der Ukraine habe ein Bürgerkrieg stattgefunden. Da sagt man dann, ja, das ist auch eine Verschwörungstheorie. Das spräche der Ukraine nämlich den eigenen Akteursstatus ab. Also solche bescheuerten, ja, ich guckst schon gummisch, solche bescheuerten Sachen liest man mittlerweile. Ja, es ist halt irgendwie seltsam, wie schnell das gesagt wird. Weil an sich könnte man ja, man könnte entweder sagen, die Schwurbler nehmen wir eh nicht ernst. Man befasst sich gar nicht mit denen und man redet halt nicht über die. Oder man macht es halt richtig. Und das Dumme ist ja, dass du von Leuten wie Ken FM oder Alex Jones tatsächlich sehr lächerliche Clips finden kannst, wie sie irgendwie komisch verkleidet sind oder wie sie Sachen erzählen, die halt wirklich nicht gestimmt haben. Und das kann aber ja trotzdem sein, dass diese gleichen Leute dann manchmal etwas auf der Spur sind, was dann vielleicht doch stimmt. Und dann einfach zu sagen, naja, den fand ich jetzt einmal lächerlich und einmal hat er was gesagt, was nicht stimmt, dann wird das jetzt immer so sein. Und jetzt sagen wir einfach, wir sagen immer das Gegenteil von dem. Dann macht man sich auch sehr angreifbar, wenn die dann nämlich doch mal die Wahrheit sagen und man direkt anfängt zu lachen und zu sagen, nee, nee, also alles, was der sagt, kann gar nicht stimmen. Und das wird ja wieder Quatsch sein. Also was heißt manchmal die Wahrheit sagen? Also Ken FM war ja ein Journalist, der zig Diskussionen auf seinem Kanal hatte. Also wirklich stundenlange Diskussionen. Und jetzt kann sich ja keiner mehr eigene Meinung darüber bilden, ob er da die Wahrheit gesagt hat, ob er falsch lag, ob seine Diskussionspartner da rumgeschwurbelt haben oder ob sie recht hatten, weil der Kanal einfach wegzensiert wurde von YouTube. Also unter diesem Banner, das sind Verschwörungstheoretiker, die widersprechen dem, was die WHO gesagt hat, hat man ja während Corona kritische Stimmen mehr oder weniger wegzensiert, weil Verschwörungstheorien angeblich so gefährlich seien. Also das ist auch eine Problematik bei diesem Begriff. Also ich habe ihn jetzt auch teilweise noch gesehen und dachte auch manchmal bei manchen Schlagwörtern, okay, jetzt übertreibt er mal ein bisschen. Er spricht zum Beispiel sehr, sehr oft von Scheindemokratien, Demokratiesimulationen und sowas, wo ich denke, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber es heißt ja nicht, dass jeder einzelne Satz, den er sagt, immer falsch sein muss. Ich gebe mal ein Beispiel. Was ist vor der letzten Bundestagswahl? Also da haben die Grünen damit geworben, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Was ist kurz nach der Bundestagswahl passiert? Ja, also ich glaube, die Begründung der Grünen, dass sie das jetzt machen, ist, dass das jetzt eine Ausnahmesituation ist, weil es ja so nah dran ist und weil die sich ja nur verteidigen. Und die haben, glaube ich, also offiziell sagen die sowas wie, sie wollen jetzt nicht irgendwie Waffen liefern. Na gut, Saudi-Arabien machen sie ja irgendwie doch. Aber sowas halt eigentlich, das stand auf dem Plakat eher, dass man sagt, wir wollen nicht irgendwo nach Afrika oder in den arabischen Raum irgendwelche Waffen liefern, weil da ist ja Krieg und wir befeuern das. Aber wenn es dann in Europa passiert und hier um die Ecke und die Armen müssen sich verteidigen, da ist man dann doch auf der anderen Seite. Weil es gerade im Chat geschrieben wird zu KNFM nochmal kurz, man kann seine Videos auf Apolloot sehen. Also Apolloot, das ist eine Internetplattform, aber auf die geht natürlich fast niemand. Also da haben die Videos eine wesentlich kleinere, kleinere Reichweite als auf YouTube, aber die kann man öffentlich noch sehen, wenn ihr euch selber ein Bild bilden, also wenn ihr euch selber eine Meinung bilden wollt. Nur mal so als kleiner Hinweis, wir wollen euch hier nichts vorgeben. Denkt selber nach. Könnt ihr selber machen. Mir ist, ich finde es auch okay, wenn ihr das macht. Was mich ein bisschen abschreckt bei Verschwörungstheoretikern oder Ideologen oder wie man sie nennt, ich finde es immer sehr unangenehm, wenn Leute so rüberkommen, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und als hätten sie den eigentlichen Plan durchschaut als Einzige und wenn die so einen hundertprozentigen Wahrheitsanspruch haben. Das nervt mich aber bei der anderen Seite genauso oder bei religiösen Fanatikern oder so. Wenn hier jemand daherkommt und sagt, aber ich habe mir irgendetwas angeguckt oder gehört oder gelesen und ich weiß jetzt, wie die Welt funktioniert und ich weiß, wer eigentlich wirklich dahinter steckt und da gibt es auch keinen Zweifel dran. Und das sieht man aber fairerweise auf vielen Seiten. Also das hat man, wenn man jetzt in Markus Lanz guckt, auch, der ist jetzt, der ist kein Verschwörungstheoretiker, aber von dem hört man auch selten den Satz, okay, das weiß ich jetzt nicht oder irgendwie, da bin ich nicht genug im Thema, sondern der weiß ja auch, was die Wahrheit und was die Verschwörungstheorie ist oder ein Böhmermann oder so oder der weiß nicht, der Volksverpetzer oder so, die sind sich ja auch alle sehr, sehr sicher, was denn jetzt die richtige Variante der Geschichte ist. Also ist dieser Wahrheitsanspruch nichts originäres an Verschwörungstheoretikern? Ich meine, du bist dann laut Meinung einiger Leute auch einer. Naja, relativ selten, aber ich habe es auch schon gehört, ja. Sondern der ist etwas, ja, eine Grundeigenschaft politischer Richtungen und vor allem relativ, ich nenne das jetzt mal extremer politischer Richtungen. Also wenn du mit einem, ich sage mal, so Rechtsradikalen redest, dann wird er auch denken, dass er die absolute Wahrheit hat. Wenn du mit einem Islamisten redest, dann wird er auch denken, dass der Koran die absolute Wahrheit ist und man sich an die Gesetze der Scharia zu halten hat. Und wenn du mit einem Walkie redest, dann wird er dir auch erklären, dass du dir Regenbogenflagge huldigen musst, weil du sonst moralisch komplett verdorben seist und man dich in ein Loch prügeln solle. Also, oder wenn du die falsche Partei wählst, dass man dann deine Wahlzettel verbrennen oder wegwerfen solle. Also, es gibt ja Leute, die sagen so was. Das ist jetzt kürzlich passiert, ja. Ja, also dieser Wahrheitsanspruch, das ist nichts originäres an Verschwörungstheoretikern, wie auch immer diese definiert sind. Ich glaube, damit können wir schon mal zur Definition von diesen Leuten gehen. Ich glaube, dass die vielleicht ein bisschen aggressiver werden teilweise, weil sie sich in die Ecke gedrängt fühlen, weil man, ne, man hat wenig Gleichgesinnte und man ist schon, man ist schon ein Aussätziger und wird von den Medien und der Allgemeinheit erstmal als Spinner abgetan, was dann natürlich dazu führt, dass diese Leute sich vielleicht sogar noch doller radikalisieren und sich noch mehr in dieser Rolle sehen, dass sie die eigentlichen Freiheitskämpfer sind und dass sie angegriffen werden. Deswegen ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, das immer so schnell zu schreien und zu sagen, mit denen reden wir nicht und die müssen jetzt ausgeschlossen werden. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Sinanswoche und er meinte, dass die, also er hat ja was gegen die Querdenker gemacht und was gegen die Wokies und er meinte, dass die Wokies eher aggressiver waren als die Querdenker. Ja gut, also das habe ich ja bei ihm auch schon gesehen oder gehört, also es liegt wahrscheinlich daran, dass die Querdenker von mehr Leuten angegriffen wurden und von größeren Leuten auch. Das wäre jetzt so eine Theorie, dass Sinan da eigentlich eher ein kleiner Fisch gewesen ist, der denen halt hin und wieder mal auf die Nerven geht, aber die hatten so viele größere und wichtigere Feinde als Sinan und bei Wokies sind halt die meisten Medien schon mindestens vorsichtig und da sticht so ein Sinan dann mehr aus der Menge raus, weil er doch vergleichsweise groß ist für auch einen Linken, der die kritisiert, weil sonst hört man natürlich auch Kritik an Wokeness von beispielsweise der CDU. Ich glaube, du hast auch dieses 13-Fragen-Video gesehen, wo sie auf der Kontra-Seite gleich zwei CDU-Mitglieder hingestellt haben und solche... Verteilpropaganda für die CDU. Ja, oder für die Wokies, du hast quasi irgendwie Nein, für die CDU. Also, dass die Wokies bescheuert sind, das sieht doch jeder, der hinschaut. Ja, aber es wurde halt... Die CDU wird dann als Alternative aufgebaut. Es wurden ja... Du stellst gerade die Wokies da und du stellst die CDU als Alternative da, das heißt, du machst quasi Wahlwerbung für die CDU dadurch, dass die sich als vernünftig inszenieren können. Ja, im Grunde hast du ja diese beiden Pole gehabt, du hast ja auch keinen komplett durchgeknallten Wokie da gehabt oder zumindest noch relativ gemäßigt im Vergleich, was man da sonst manchmal sieht und du zeigst eigentlich diese beiden Pole als Gegenpole, die beide irgendwie legitim sind und die ganzen anderen Pole im Spektrum, die wurden ja gar nicht abgebildet. Also, Hasna Incazim war da, den fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Der ist ganz cool, aber das war irgendwie wieder mal der Einzige in der Sendung, der cool war und sonst hast du... Ja, du hast halt, wie gesagt, diesen Wokie-Pol, der steht dann für die Linken und dann hast du den CDU-Pol, der steht für die Konservativen, aber ja, linke Wokie-Kritiker waren irgendwie nicht so wirklich da. Also, ich hätte mich gefreut, hätte man einen der beiden CDUler ausgeladen und dafür dann noch jemanden wie dich oder Sinan oder Erwin oder vorpolitisch oder so dahingestellt. und einen deutlich rechteren Kritiker, sodass man auch sagt, es gibt deutlich rechtere Kritik an den Wokies. Also, man hätte auch einen AfDler einladen können oder von mir aus auch einen Islamisten oder irgendwen, der halt ein bisschen radikal... Das war jetzt ein noch extremeres Beispiel, aber irgendwen, der nur radikaler ist als die CDUler, damit wirklich den Zuschauern das ganze Spektrum gezeigt wird und nicht gesagt, hier sind die Wokies, hier ist die Gegenseite. Also, Gegeneinanderstellen von zwei Polen, die eigentlich viel differenzierter sind, das gefällt mir auch absolut nicht an dieser Sendung. Das liegt aber hauptsächlich an der Gästeauswahl. Ja, finde ich auch. Also, ich finde die Sendung vom Konzept eigentlich ganz nett. Es ist auch gutes Entertainment, um es im Stream zu gucken, aber die Debatten sind nicht so ernst zu nehmen, wie sie wahrscheinlich dargestellt werden, weil die Gästeauswahl und die Moderation oft so ein bisschen fragwürdig ist. Ja, ja, absolut. Ja, aber wir wollen nochmal zurück zum Begriff Verschwörungstheoretiker zu kommen. Nun gibt es ja manche Leute, die behaupten sich damit wissenschaftlich beschäftigen zu wollen und versuchen dann Definitionen dafür zu finden. Einer von diesen Leuten ist Michael Butter. Ja. Ich glaube, du kannst dann den ersten Text schon mal einblenden, den ich da dir geschickt habe. Ich mache in der Zeit mal die Definition. Michael Butter definiert Verschwörungstheorien wie folgt. Verschwörungstheorien behaupten, dass mächtige Akteure hinter den Kulissen einen perfiden Plan verfolgen und deshalb die Geschehnisse manipulieren. Also das steht da unten bei Definitionen. Soll ich irgendwo hinscrollen? Ach so hier, okay, der erste Absatz ist nicht so wichtig. Ja, ja, das ist das Wichtigste, damit wir erstmal eine Definition haben. Also mächtige Akteure verfolgen einen perfiden Plan. Also hier ist schon unterstellt, dass man diesen Akteuren unterstellt, dass sie böswillig handeln. Also dass man sagt, die Akteure, die machen das nicht, die machen das nicht, weil sie es gut meinen, sondern die machen das, weil sie es böse meinen. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, sagst, um jetzt mal irgendein Beispiel zu nennen, nehmen wir mal irgendeine Verschwörungstheorie, Al-Qaida ist für die Sprengung des World Trade Centers, das verantwortlich, aber sie hatten ja für die Flugzeuge gegen das World Trade Center verantwortlich, aber sie hatten ja aus ihrer Sicht nur die besten Motive. Wenn du so etwas sagen würdest, wenn du so etwas sagen würdest, dann wäre das keine Verschwörungstheorie mehr. Oder jetzt mal die andere Theorie, George Bush ist für die Sprengung verantwortlich, aber er hatte gute Motive, dann wäre beides keine Verschwörungstheorie mehr. Ja, also die bösen Intentionen, die sieht ja eigentlich eh immer nur der Gegner. Ich glaube, es wird sich niemand hinstellen und sagen, wir sind die Bösen und wir wollen alles kaputt machen, sondern alle haben irgendeine tolle Begründung, warum das eigentlich doch ganz gut ist, was sie da tun. Ja, also merkst du, der erste Punkt, der zeigt schon, dass diese Definition relativ unbrauchbar ist. Also was ist ein perfider Plan? Ja, perfide, das bewertet ja jemand anders dann. Das sagt ja nicht, der Herr der Plan. Ja, das sollte in einer sozialwissenschaftlichen Definition nicht auftauchen, so eine moralische Bewertung. Das ist ja der ganze Punkt. Aber selbst wenn, also gehen wir mal davon aus, diese Bewertung stimmt, sind dann nicht im Grunde alle linke Verschwörungstheoretiker, weil sie sagen, dass Großkonzerne und Banken im Hintergrund sich daran bereichern, dass die Bevölkerung arm ist? Eben nicht. Also die Linke sagen ja nicht, dass die, nein, eben nicht. Die Linke sagen ja, dass Banken und Großkonzerne das nicht machen, weil sie böse sind, sondern weil sie halt ihrem eigenen Interesse dienen. Naja, gierig. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Das ist ja einfach, sie haben, also der Kapitalist, also wenn sie nicht so, Hanne, da verschwinden sie vom Markt und dann nimmt ein anderer Kapitalist ihren Platz ein. Das Problem ist das System und das Problem ist nicht die Schlechtheit einzelner Menschen. Ja, okay, okay. Das ist ja eine Linke-Analyse. Aber wenn du so ein, wenn du so Lobbyismus-Skandale hast oder Korruptionsskandale, wie es beispielsweise in der CDU jetzt vor kurzem einige gab, würde man da dann sagen, leider, leider konnten diese CSU-Politiker, die diese Maskendeals gemacht haben, gar nicht anders handeln oder sind die dann doch böse Einzelpersonen, die sich da die Millionen einstecken, weil sie gierig sind? Oder ein Olaf Scholz mit Warburg-Bank, Cum, Ex und Co. Also ist das ein perfider Plan? Ist der gierig? Oder verhält er sich einfach nur, wie man sich in seiner Rolle nun mal verhält? Ja, siehst du, wie unscharf das ist? Das ist ja das ganze Problem an dieser Definition, worauf ich hinaus wollte. Ja. Aber ich würde sagen, dann lesen wir mal weiter. Vollständigkeit selber, warte mal, also nicht nur Olaf Scholz, Friedrich Merz war da auch beteiligt. Also was Cum-Ex angeht, unser Bundeskanzler und der Oppositionsführer, die stecken da beide ganz tief drin. Aber na gut. Merz war doch zu der Zeit in der Privatwirtschaft. Ja, der hat schön bei Blackrock sich Kohle in die Tasche gesteckt, aber der hat auch so Cum-Ex-Geschäfte gemacht, ziemlich sicher, oder? Weiß ich jetzt nicht. Prüf das nochmal. Ich kann es ja mal googeln. Hier, Friedrich Merz. Kannst du nebenbei machen. Ich glaube, währenddessen gehe ich weiter zur Definition. Verschwörungstheorien gehen erstens davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht, dass also alles geplant wurde. Zweitens behaupten sie, dass nichts so ist, wie es scheint, dass man also immer hinter die Fassade blicken muss, um zu erkennen, was wirklich geschieht. Und drittens nehmen sie an, dass alles miteinander verbunden ist. Ich gehe wieder zurück auf den Text. Warte, sorry. Dass Beziehungen zwischen Ereignissen, Personen und Institutionen gibt, die man nur erkennt und die nur Sinn ergeben, wenn man von einer großen Verschwörung ausgeht. Ja. Aber sind nicht Regierungen, Großkonzerne, Blackrock und so, sind das nicht im Grunde eine Art große Verschwörung? Das ist jetzt aber eine Verschwörungstheorie, dass die sich unter den Kulissen absprechen und das nicht nur jeder für sich handelt. Also beispielsweise der Abgasskandal, das ist ja eine Verschwörung gewesen, oder nicht? Das ist doch keine Verschwörung. Das ist eine geheime Absprache hinter den Kulissen, die ja... Zwischen gefühlt allen deutschen Autoherstellern. Die haben sich zufällig abgesprochen. Der Strom ist ja in Deutschland relativ teuer. Da gibt es ja auch irgendwie ein Gesetz, was sagt, dass diese fünf, sechs großen Stromkonzerne, die es gibt, dass die keine Preisabsprachen machen dürfen. Und bestimmt halten sich da alle dran. Das liegt tatsächlich daran, dass die Gaspreise so explodiert sind. Deswegen ist der Strompreis so explodiert. Ja, aber der war ja vorher schon super hoch. Ja, es gibt natürlich Preisabsprachen und Kartelle. Das sind ja alles reale Verschwörungen. Das heißt, wenn du das Wort ernst nehmen würdest, dann müsstest du sagen, beim Bundeskartellamt, da arbeiten Verschwörungstheoretiker. Ein VWL-Professor, der berechnet, wie ein Monopol funktioniert, beziehungsweise wie ein Kartell funktioniert. Also das verhält sich ja in der neoklassischen Theorie genauso wie ein Monopol. Ja, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Der theoretisiert da ja drüber rum, was das für Auswirkungen auf die Preise hat, wenn es da eine Verschwörung gibt. Also so müssen wir das Wort eigentlich verwenden, so wird es in den Medien natürlich nicht verwendet. Und beim Versuch, dieses rein diffamatorische Absicht verwendete Wort irgendwie wissenschaftlich zu unterfüttern, kommen dann solche Pseudodefinitionen heraus. Das ist eine pseudowissenschaftliche Scheindefinition. Das hat wirklich keinen wissenschaftlichen Wert, aber solche Leute wie Michael Butter, die bezeichnen sich dann als Wissenschaftler, die vertreten das dann. Und ja, wir beschreiben dann damit politische Agitation. Sagt dir der Name Phöbus-Kartell was? Oder Phiebus-Kartell? Ja, das hast du letztes Mal schon erklärt. Ja, für die Leute, die es nicht kennen, ganz kurz. Also es gab hier zehn große Glühbirnenhersteller, die haben sich verabredet und gesagt, egal von welcher Firma die Glühbirne kommt, wenn die länger als 1.000 Stunden hält, dann zahlt ihr eine Strafe. Und das wäre möglich, dass die deutlich länger halten. Aber wenn die alle unterschreiben, wir produzieren alle Glühbirnen, die nach einer Zeit kaputt gehen, dann musst du regelmäßig in den Laden gehen und dir eine neue kaufen. Und davon profitieren natürlich alle diese großen Glühbirnenhersteller. Weil wenn in jedem Büro und in jeder Wohnung erst mal das ausgestattet wäre und die Glühbirnen halten dann 20 Jahre, das wäre dann ja relativ scheiße für den Hersteller, weil dann brauchst du ja nicht so viele von den Dingern. Aber wenn die halt regelmäßig kaputt gehen, dann musst du immer neue kaufen gehen. Willst du ja gerade sagen, die Hersteller haben sich absichtlich zusammengetan, um den Preis hochzutreiben? Also die aller großen Hersteller, also eine große Verschwörung. Warte, ich kann dir sagen, was Michael Butter dazu sagt. Eine Überbetonung absichtsvollen Handelns, das sich zudem reibungslos in die Tat umsetzen lässt, führt dazu, dass Verschwörungstheoretiker explizit oder implizit die Frage, Kui Bono, wem nützt das Stellen? So, willst du gerade sagen, die Glühbirnenhersteller hätten davon profitiert? Eventuell. Eventuell möchte ich sagen, Kui Bono, wer profitiert davon, dass Glühbirnen andauernd kaputt gehen? Vielleicht der Typ, der die Dinger verkauft. Also ich glaube, da muss ich das Gefühl verlassen. Also jetzt kann ich nicht mehr mit dir weiterreden. Also jetzt würde mir das... Es gäbe eine Variante, da würdest du da nicht davon profitieren. Wenn es eine Konkurrenzfirma gäbe, die wahnsinnig langlebige Glühbirnen herstellt, weil dann kaufen die Leute ja irgendwann die und dann spricht sich rum, dass die Leute sagen, ey, warte mal, diese Osram und Philips Glühbirnen, die gehen andauernd kaputt, aber die großartige Agitator-Glühbirne, die hält hier jetzt schon zehn Jahre, dann würden ja alle nur noch die kaufen. Und dann würden Osram und Philips sagen, ja scheiße, keiner kauft mir unsere schlechten Glühbirnen, die andauernd kaputt gehen. Aber wenn man das einfach verbietet, dass du eine auf den Markt bringst, die nicht andauernd kaputt geht, dann hast du freies Feld. Dann kannst du einfach sagen, hier, kauf diese Schrottbürnen hier und wenn sie kaputt geht, dann kommst du gefälligst nochmal wieder und kaufst noch eine. Ja, ja. Wie gesagt, es ergibt alles Sinn, aber nach der Definition von Michael Butter wärst du jetzt glasklar ein Verschwörungstheoretiker. Tja, tut mir leid. Das Blöde ist ja auch immer, dass wir keine so bekannten Definitionen haben, weil es gibt ja im Grunde welche, aber das wissen irgendwie wenige, dass man ja, also unter diesem Umbrella-Term Verschwörungstheoretiker sammelt sich ja alles Mögliche. Also da sind einerseits, sind da so Sachen, dass du behauptest, gewisse Firmen oder Banken oder Politiker würden sich miteinander absprechen, um eine Menge Geld zu machen. Da würden wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Leute mitgehen. Dass du sagst, ja, so irgendwie Lobbyismus gibt's natürlich, da ist ja auch einiges schon mal aufgeflogen, das kann alles sein. Oder dass du sagst, Geheimdienste, die verhalten sich auch nicht immer so ganz sauber. Wenn du sowas wie den NSA-Skandal mitbekommen hast, da hast du ja quasi Belege, dass solche Dinge schon mal passiert sind. Das hast du einerseits. Redest du da gerade von einem tiefen Staat? Nein, das braucht man ja nicht dafür, oder? Du hast gerade von staatlichen, also du hast gerade von Leuten in staatlichen Strukturen, also beim NSA-Skandal geredet, die nicht das machen, was sie eigentlich machen sollten. Also wie sich über rechtsstaatliche Standards, wie beispielsweise das Recht auf informelle Selbstbestimmung hinwegsetzen. Eventuell könnte das sein, dass es solche Strukturen hier und da gibt. Oder dann gibt's natürlich... Böse Verschwörungstheorie. Also so irgendwelche False-Flag-Aktionen, um einen Krieg zu rechtfertigen, das haben wir ja auch schon massenhaft gesehen, beispielsweise die Massenvernichtungswaffen im Irak, die dann plötzlich doch nicht da waren. Solche Sachen, da kriegst du, glaube ich, noch viele Leute mit ins Boot. Aber gleichzeitig kannst du dann noch unter diesen gleichen Schirmen kannst du noch sowas erfassen wie Echsenmenschen und flache Erde und sowas, wo sehr viele Leute direkt sagen würden, okay, das ist Schwachsinn. Aber wenn du das in eine Kategorie steckst, dann will keiner mehr Verschwörungstheoretiker sein, weil Verschwörungstheoretiker sind ja auch die Leute, die an diese Echsenmenschen glauben. Und das ist deswegen eigentlich ziemlich perfide, dass man da so diesen gleichen Begriff für alle diese Dinge wählt. Weil, also sorry, ich glaube trotzdem auch noch an Kartelle und dass es in Regierungen und Firmen Leute gibt, die uns nichts Gutes wollen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich die direkt an Echsenmenschen und flache Erde glaube. Ich würde mir da vielleicht schon eine Trennlinie wünschen. Ja, absolut. Und du hast den Punkt erfasst. Dieser Begriff wirft Dinge zusammen, die man überhaupt nicht vergleichen kann. Seriöse Historiker, die sich mit verdeckter Kriegsführung beschäftigen oder die Kartelle untersuchen oder Ökonomen, die berechnen, wie Kartelle funktionieren, die werden gleichgesetzt mit Leuten, die an Echsenmenschen glauben. Ja, und auch bei diesen Leuten, die bei versteckter Kriegsführung forschen, die können natürlich auch mal falsch liegen. Aber es ist doch sehr verdächtig, wenn man die Forschung direkt unterbinden will, statt zu sagen, ja, dann forscht er halt dran. Und wenn du dann irgendwie am Ende kein tolles Ergebnis kriegst, dann kommt vielleicht keine gute Arbeit zustande. Oder vielleicht kannst du am Ende sagen, das ist jetzt aber hier irgendwie, das ist jetzt aber Unsinn oder die Quellen sind schlecht oder sowas. Aber wenn man direkt sagt, die Forschung wird gar nicht erst gemacht oder die wird von Anfang an diffamiert oder die Vorträge werden blockiert, das wirkt dann doch sogar schon fast so, als hätten die irgendwie einen wunden Punkt getroffen. Du gibst denen ja eigentlich Punkte damit. Ja, und das sieht man auch sehr gut, wenn man in die Geschichte des Wortes Verschwörungstheorys schaut. Also das Wort Conspiracy Theory, das lässt sich im Englischen schon in den 1860ern nachweisen. Es wurde damals allerdings noch nicht in der heutigen Art verwendet. Das ist erst seit Karl Popper der Fall. Karl Popper definierte die Verschwörungstheorie als eine Theorie von mehreren mächtigen Leuten, die geheim agieren, um Einfluss auf die Geschehe des Weltgeschehens zu nehmen. Also ganz eingefallen, ungefähr so definierte Karl Popper das. Aber Popularität erlangte das Wort Verschwörungstheorie erst, ja, nachdem die CIA es popularisierte, um Kritik am Warren Report zu diskreditieren. Der Warren Report untersuchte die Ermordung von John F. Kennedy. Und ja, es gab einige Unstimmigkeiten. Wie gesagt, lest euch da genau ein. Wir wollen jetzt thematisch nicht zu weit reingehen. Also warte mal. John F. Kennedy wurde völlig zufällig von einem verrückten Einzeltäter in den Kopf geschossen. Und da steckt kein anderer mit unter der Decke. Da ist einfach, da ist einfach so ein normaler Typ, hat sich einfach ein Gewehr gekauft, hat sich in Position gebracht, hat einmal geschossen. Und eigentlich wird der Präsident immer prima bewacht, aber in diesem einen Fall, naja, kann ja mal schief gehen. Ja, natürlich. Okay, genau so wird das abgelaufen sein. Und diejenigen, die wir kritische Fragen stellten, die sollten halt mit diesem Begriff Verschwörungstheorie beziehungsweise Conspiracy Theory diffamiert werden. Und der sollte möglichst allgemein verwendet werden. Er sollte möglichst darauf geantwortet werden, dann nicht sachlich auf die Argumente einzugehen, sondern er war von Anfang an, also was heißt von Anfang an? Wie gesagt, den Begriff gibt es länger, das hatte ich gerade erklärt. Aber er war, denke ich, dazu gedacht, um die Leute, die Fragen stellten, zu diffamieren. Wir haben doch eigentlich ein Pendant dazu in Deutschland mit Stammheim, oder? Dass man da auch sagt, da wird, gut, das ist noch mal was anderes als ein Präsident, aber da hast du auch so ein Hochsicherheitsding, das wird streng bewacht, da kannst du eigentlich keine Waffe mit reinnehmen, aber mehrere RAF-Terroristen sterben halt alle in einer Nacht ganz plötzlich. Und irgendwie, man schneidet deren Kommunikation zueinander ab, man durchsucht die, man verhindert, dass sie irgendwie Waffen reinbringen, aber plötzlich in einer Nacht sind alle tot von denen. Völlig zufällig. Also da sollte doch wahrscheinlich jeder, der die Geschichte hört, sagen, warte mal, ich glaube, da hat eventuell der ein oder andere mitgeholfen, dass die draufgehen. Ja, auch in Deutschland gibt es solche Fälle. Also man denke an Uwe Barschel oder an Herrhausen, die auch unter sehr dubiosen Umständen gestorben sind. Also Herrhausen war ein Mordopfer der RAF. Gebt das hier alles auf YouTube einschaut, euch da Vorträge zu ein, lest euch da selber zu schlau. Wir wollen da jetzt nicht einzeln auf diese Fälle eingehen, aber es gibt Mordfälle, die ungeklärt sind und wo natürlich die Leute, ich meine, True Crime ist ja auch beliebt, wo die Leute dann sich Gedanken machen, was könnte da passiert sein und wo dann auch den Historiker überlegen, was könnte da passiert sein. Könnte es sein, dass die offizielle Geschichte verkürzt ist, dass da Fakten fehlen und wenn man diese Leute dann diffamieren will, weil da eventuell wirklich was dran sein könnte beziehungsweise weil man bestimmte Untersuchungen einfach nicht will, dann eignet sich dieses Wort Verschwörungstheorie wirklich genial dazu, um Kritiker mundtot zu machen. Zählt der Reichstagsbrand als Verschwörung? Nee, das war ja laut der NS-Justiz zumindest der verrückte Einzeltäter Marinos Vandalope. Also wenn du jetzt die Urteile aus dem Dritten Reich entzweifelst, dann bist du ganz klar ein Verschwörungstheoretiker. Das wissen wir ja alle. Ja, und Uwe Barschel, der ist halt einfach in eine Badewanne gegangen und plötzlich ertrunken einfach, was man halt so macht, ne? Mit Klamotten. Ja. Also, ja. Wie gesagt, das sind einige Mordfälle, die hatte ich gerade nur genannt, Herrhausen, Barschel, wo zumindest einige Leute kritische Fragen stellen und wenn man diese Leute diffamieren möchte, weil man sagt, beschäftigt euch damit nicht, okay, ihr seid Verschwörungstheoretiker oder jetzt der neue Begriff Verschwörungsideologen, das sind Worte, die synonym verwendet werden und die einfach nur zur Zerstörung des sachlichen Diskurses dienen, jedenfalls in 99 Prozent der Fälle, wo sie verwendet werden. Das sind keine Worte von irgendwelchen deskriptiven Wert. Also, das hat ja vielleicht auch diese Umbenennung, hat ja vielleicht auch ein bisschen den Zweck, dass man denkt, es muss beleidigender werden, weil Verschwörungstheoretiker irgendwie nicht mehr greift, weil inzwischen es halt Leute gibt, die sich selber so nennen, wie beispielsweise Dieter Dehm oder ich glaube auch auch Leute wie Ken Jebsen, die haben sich dann irgendwann auch selber so genannt, wahrscheinlich teilweise auch so halbironisch, aber dann sagt man, ja, nee, fuck, dann lass denen das Theorie auch noch wegnehmen, das sind eigentlich Ideologen, und Verrückte oder Mystiker oder irgendwie sowas. Also, Dara hat mir gegenüber das glaube ich auch definiert, dass all das, was wir gerade besprochen haben, keine Verschwörungstheorien sind, weil Verschwörungstheorien immer irgendeine gewisse Mystik dabei hätten, dass es irgendwelche Zauberer, Dämonen oder irgendwie sowas gäbe. Und dann habe ich, also dann verstehe ich aber nicht, wieso du dann da reinfällst. Ich verstehe dann auch nicht, warum beispielsweise 9-11 da reinfällt. Also, weder die Theorie mit den Al-Qaida-Terroristen noch die Theorie mit der amerikanischen Regierung. Wie gesagt, ich habe mich da nicht genug eingelesen, ich möchte mich da inhaltlich auch gar nicht positionieren. Wir haben ja beide nichts Mystisches. Ja, er hat ja auch was gesagt von geheimnisvollen Hintermännern, die man nicht kennt, aber also, wenn es jetzt um George Bush oder Bill Gates geht, ich glaube, die kennt man. Ja, würde ich fast sagen. Ja, du merkst, es gibt keine vernünftige Definition, weil dieser Begriff eigentlich im Diskurs nicht vernünftig verwendet wird, weil das gar nicht das Ziel dieses Begriffes ist. Im Grunde ist es eine Beleidigung, wo man sich halt aber sagt, es werden ja die richtigen Leute beleidigt, deswegen ist es auch okay, die zu beleidigen. Eigentlich ist es ja fürchterlich, weil Hate Speech im Internet schlimm, schlimm und so, aber wenn man die richtigen Leute beleidigt und dann sagt das den Spinner, dann ist es ja in Ordnung, ne? Ja, ja, absolut. Aber wollen wir weiter in die Definition gehen? Wir haben jetzt ziemlich unterbrochen. Ja, ich glaube, die haben wir genug, den Artikel haben wir ja verlinkt, den kann sich dann jeder selber durchlesen, denn mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also Michael Butter nimmt da noch verschiedene Beispiele. Er diskutiert die Phänomene unter Verschwörungstheorien, die halt in den Medien auch so diskutiert werden. Also, ja, er nimmt seine eigene pseudowissenschaftliche Scheindefinition natürlich nicht ernst, weil es eben genau das ist, eine Scheindefinition. Er versucht, das wissenschaftlich zu verpacken, was er, ja, was er dann sowieso untersuchen will. Er will politische Agitation machen, aber das unter einem Deckmantel der Wissenschaft, was ich ziemlich widerlich finde, ganz ehrlich. Aber, ja, das ist halt diese Vorgehensweise und die muss man halt so darlegen, wie sie halt angewendet wird. Dann gibt es auch noch andere Leute wie Pia Lamberti, kannst du vielleicht den zweiten Artikel, den ich dir geschickt habe, natürlich, der ist hier. Ja, einfach nur mal kurz einblenden, die unterstellen dann Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, was, also die an Verschwörungen glauben, nicht mal an Verschwörungstheorien, sondern an Verschwörungen. Da wird schon gesagt, der Glauben an Verschwörungen, wie gesagt, für Buskartell beispielsweise, oder dass Al-Qaida sich versporen hat. NSA glaube ich auch, dass das passiert ist, das, was Edward Snowden da sagt hat, glaube ich, schon Hand und Fuß. Ich glaube auch die Sachen, die Julian Assange da hochgeladen hat, da ist auch schon eine Menge dran, der sitzt, glaube ich, nicht ohne Grund, gerade in seinem Hausarrest. Das sind schon Verschwörungen, da denke ich, na, könnte gut sein, ne? Ja, ja, absolut. Ja, und hier wird auf Basis, ja, ohne dass man überhaupt eine Definition hat, hier wird schon gesagt, der Glaube an Verschwörungen, also das, was wir gerade hatten, was schlichtweg Tatsachen sind, der Glaube an historische Tatsachen, ja, das ist dann etwas ganz Schlimmes, was man jetzt psychologisieren muss, wo man psychologisch untersuchen muss, warum glauben die Leute an Verschwörungen? Könnte es damit zu tun haben, dass diese Verschwörungen tatsächlich existieren? Nein, natürlich nicht, das sind alles, ja, Verrückte, die irgendwie existenzielle Bedürfnisse haben, das Streben nach Kontrolle und Sicherheit oder soziale Bedürfnisse, das Streben nach einer positiven Selbstwahrnehmung, man will sich positiv zur Verschwörung abgrenzen, man unterstellt diesen Leuten, also einfach nur niedere Motive und das ist eine Argumentationstechnik, die wir in den Wokies sehr bekannt vorkommt. Der Name Pia Lamberti sagte mir auch was, weil ich, da bin ich zufällig drauf gestoßen, sagte das Spiel Wiebkes Wirre Welt etwas, ich glaube, ich habe dir das empfohlen mal. hat es mir empfohlen, hatte ich noch nicht reingeschaut. Das habe ich als Positivbeispiel aus einer Broschüre von der Amadeo-Antonio-Stiftung, ich weiß gar nicht, ob ich die hier noch irgendwo herumliegen habe, jedenfalls, die Amadeo-Antonio-Stiftung hat auf der Gamescom so ein Magazin verteilt über gefährliche Dinge im Gaming, da ging es um Sexismus und sowas, das kannst du ja alles denken, was die kritisieren, und da ging es auch um Verschwörungstheorien im Gaming, und dann wurden mehrere Videospiele genannt, wo man sagt, naja, die Storyline in diesem, wie gesagt, in diesem Videospiel, die klingt ja so, als gäbe es irgendeine geheime Macht, die dir was Böses will und du bist der Held, der die beendet. Ja gut, das ist, glaube ich, das Szenario von vielen Videospielen und dann wurden aber Positivbeispiele genannt, Spiele, die dich toll aufklären über Verschwörungstheorien und da gab es das Positivbeispiel Wiebkes Wirre Welt und wir haben das hier im Stream gespielt und ehrlich gesagt würde ich es nicht mal so wirklich als Spiel bezeichnen, du guckst quasi Videos und klickst dann hin und wieder auf Weiter, also da ist nicht wirklich viel auf einer Spielebene. Du siehst eigentlich nur diese zwei Schauspieler in einem Raum, Wiebke sitzt am Monitor und sagt dann immer irgendwas mit 9-11 und mit Echsenmenschen und Mondlandungen und so weiter, der Typ dahinter sagt dann immer, Wiebke, du bist doch eine Spinnerin und irgendwie kannst du dir dann über alle diese tollen Theorien kannst du dir eine Einordnung von Pia Lamberti und Co. angucken, wo die dann sagt, ja das ist natürlich alles Kokolores, ich weiß das viel besser. Ja, ja und solche Leute wie Pia Lamberti, denen reicht es nicht, diesen Leuten niedere Motive zu unterstellen, die machen diesen Leuten dann auf Basis ja, ihrer nicht vorhandenen Definition sogar noch viel schlimmere Erzählungen, noch viel schlimmere Unterstellungen. Öffne mal den dritten Artikel, den ich dir geschickt habe. Du hast mir noch einen dritten geschickt? Ja, sprich Leute, die an Verschwörungen glauben, das sind nicht nur irgendwelche armen Irren, nein, das sind Judenhasser. Das ist dann die Unterstellung, die diesen Leuten gemacht werden soll. So perfide arbeiten Leute wie Pia Lamberti. Ja, das habe ich ja auch von Kollegen Dara, habe ich das ja auch mitbekommen, dass es irgendwie sehr oft Antisemitismus mit drinsteckt und das hat einen Kern, dass es tatsächlich viele Behauptungen über Juden gibt, die schon ziemlich an Haaren herbeigezogen wirken und es wahrscheinlich auch sind. Da gibt es ja auch, auch wenn irgendwie Milliardäre kritisiert werden, dann trifft es ja auch oft jüdische Milliardäre mehr als andere Milliardäre, wobei man eigentlich alle Milliardäre kritisieren sollte, meiner Meinung nach. Aber natürlich gibt es viele Behauptungen über Juden, die ich auch eigentlich alle für Quatsch halte. Aber es gibt auch eine Menge Verschwörungstheorien, die mit Juden überhaupt nichts zu tun haben. Ja, das zeigt, hier sind wir mitten in diesem woken, ich nenne es mal Rattenloch. Ich zitiere Pia Lamberti hier mal. Antisemitische Verschwörungserzählungen und Mythen bebergen sich oft hinter Schiffren und Andeutungen. Häufig wird auf die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion Bezug genommen. Eine antisemitische Fälschung, die erstmals 1903 in Russland veröffentlicht wurde und angeblich die Weltherrschaftspläne von Juden belegen soll. Obwohl schnell klar wurde, dass der Text mit dem Ziel geschrieben worden war, antisemitische Stereotype zu verbreiten, wird es heute immer wieder genutzt, um den eigenen Antisemitismus zu legitimieren. Genau hier haben wir es. Also es gibt einige Irre, die berufen, oder einige Antisemiten, die berufen sich auf diese Protokolle der Weisen von Zion, die aus dem Umfeld des russischen Geheimdienstes erstellt wurden. Also tatsächlich ein gutes Beispiel für Informationskriegsführung, die gegen eine bestimmte Gruppe, nämlich gegen die Juden sind. Also es gibt einige Irre, die sich darauf berufen, aber es sind eben einige Irre. Niemand, der in den Medien als Verschwörungstheoretiker diffamiert wird, beruft sich darauf. Also Leute, die sich darauf berufen, Außer Xavier Naidoo und der Wendler, aber die sind halt auch... Ja, ja, ja. Aber die werden in den Medien mittlerweile nicht nur als Verschwörungstheoretiker, sondern als Rechtsradikale, Rechtsextreme und das mit Recht bezeichnen. Also Attila Hildmann behauptet ja auch solche Sachen und der bezieht sich, glaube ich, auch auf diese Protokolle der Weise von Zion, aber der ist halt auch komplett bescheuert. Bescheuert und rechtsradikal. Also das ist ja wirklich Rechtsextremismus, den wir nicht haben wollen, den wir bekämpfen müssen, wogegen wir was sagen müssen. Und das ist echter Antisemitismus. Aber der erste Satz antisemitische Verschwörungserzählungen und Mythen verbergen sich oft hinter Schiffren und Andeutungen. Das heißt, wenn du irgendwas sagst, keine Ahnung, ich finde, dass die Bundesregierung ihre Corona-Maßnahmen nicht so verschärfen würde. Was? Du redest von einer Verschwörung der Bundesregierung gegen das Volk? Also wenn du Bundesregierung sagst, dann meinst du eigentlich die Juden. So argumentieren die Walken. Du hast es bei Dara gesehen. Ja, oder Kapitalisten oder sowas. Da sagt man dann auch, aha, reiche, mächtige Leute, Juden wird auch unterstellt, reich zu sein. Oder irgendwie solche Brücken werden dann gezogen. Es ist so dermaßen irre. Darauf wollten wir, ja, mit dem Gespräch hier, glaube ich, ein bisschen hinweisen. Ja, auch hier, ne? Wie mit diesem Begriff gegen Oppositionelle gehetzt wird. Und welche perfiden Tricks diese Leute anwenden. Und wenn ich sage, die sind perfide, dann meine ich jetzt nicht, dass die sich verschworen haben. So, warte mal. Ich will das hier verstehen. Das ist ja ein Schaubild dazu. Weil du findest doch bestimmt auch Leute, die gehen auf so Demos und haben tatsächlich irgendwie Schilder, wo irgendwas gegen Juden draufsteht. Aber steht es hier auch? Also hier steht Bilderberger und New World Order. Das ist auch schon antisemitisch, oder wie? Ich habe heute auf Julian Reiche reagiert und da habe ich mal kurz den Artikel von Matthias Döpfner rausgesucht und rate mal, wo der ist. Bei den Bilderbergern und beim WEF. Darf ich das jetzt nicht mehr sagen, weil das ganz, ganz böse Verschwörungstheorie ist? Oder was darf man nicht mehr ganz normale Lobby-Netzwerke benennen, wenn mächtige Leute da Mitglied sind? Also hier steht Protest gegen ein Bilderberger-Treffen. Ja, weil die sind ja, also die gibt es ja. Da gibt es ja auch Leute, die da waren und sagen, die finden statt. Und die, also ich glaube, es gab ein Interview von Thilo Jung mit Jens Spahn, wo der auch gefragt wurde, was machst du eigentlich bei den Bilderberg-Treffen? Und der sagt, naja, das ist gar nicht so spannend und wir treffen uns halt da ein bisschen. Und dann hat Thilo Jung gefragt, ja, warum ist denn da nie eine Kamera dabei? Und er sagt, naja, dann kann man besser reden, wenn dann mal die Presse mal nicht dabei ist. Aber wer nicht weiß, was das ist, also Bilderberger, da treffen sich viele mächtige Politiker, ich glaube auch Wirtschaftsleute, oder? Ja, ja, wie gesagt, Matthias Döpfner, deutscher Milliardär, der ist auch dabei. Ja, das ist der Chef von Mächtige Mann bei Springer. Ja, ja, der Chef von Springer, also von Bild und Welt und allem zusammen. Ist er immer noch? Weiß ich gar nicht. Ja, ja, also ist hinter KKR der größte Aktionär. Also jedenfalls gibt es eine ganze Menge mächtige Leute, die sich zufällig zusammensetzen und da irgendwas besprechen. Und ich vermute mal, dass diese Besprechungen schon eher dafür sorgen, dass diese Leute vielleicht mächtig bleiben oder noch mächtiger werden und dass eventuell normale Bürger diejenigen sind, die die Leidtragenden darunter sein könnten. Das ist auch eine Verstörungstheorie. Wenn der Milliardär mehr Geld kriegt, wo kommt das Geld her? Von irgendwo muss er es ja nehmen. Und vermutlich wird da irgendwas besprochen, wie man das irgendwie in die Wege leiten kann, dass der normale Bürger vielleicht doch etwas mehr zahlen muss oder etwas weniger bekommt und dass es dann irgendwo anders hinfliegt. Ja, ja. Oder wenn ich darüber, wenn ich jetzt über, nehmen wir mal ein anderes Lobby-Netzwerk, über die Mont-Peleron-Gesellschaft rede und darüber aufkläre, was die halt für Lobby-Verbindungen in anderen Organisationen hat. Ist das dann eine Verschwörungstheorie oder ist das dann auch einfach eine Aufklärung über Lobbyismus? Also das wird komplett vermischt. Und bei Pia Lamberti, da ist ja interessant, dass sie so gut vernetzt ist. Sie hat nämlich, also ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter auf ihre Person ein, sie hat nämlich ein Institut gegründet. Das heißt SEMAS. Das ist das Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Und das wird von der Alfred-Landdecker-Foundation mit 2,8 Millionen Euro von 2021 bis 2024 unterstützt. Diese Alfred-Landdecker-Foundation, die ist eine von der Unternehmerfamilie Reimann gegründete Stiftung. So, also eine mit Millionen Euro ausgestattete, ja, ausgestattetes Center, was Medienarbeit macht. Und was, hören wir hier mal auf Wikipedia, was macht dieses Center? Die Mitarbeitenden von SEMAS werden von vielen Medien als Experten zu den Themen Verschwörungsideologie, russische Propaganda, Reichsbürger und Antisemitismus jetzt zugezogen. Haben wir das gesamte Bullshit-Bingo von Pia Lamberti. Und das wird von großen Unternehmern mit Millionen Euro gefördert. Also das Ding ist ja, Antisemitismus zu benennen und zu kritisieren ist ja richtig. Das wollen wir nochmal klarstellen. Also es gibt das natürlich und das ist ein Problem. Es ist aber auch ein Problem, Leuten ja diesen Stempel aufzudrücken, wo es fehl am Platz ist. Damit macht man auch, ich habe es schon häufiger gesagt, damit macht man auch, tut man der Sache eigentlich keinen Gefallen, wenn man beispielsweise anfängt, jeden einen Nazi zu nennen, dann kommt jemand, der tatsächlich ein Nazi ist und wenn du ihn so benennst, werden Leute sagen, ach schon wieder einer. Hast du doch schon jetzt ein paar Mal behauptet und die letzten Male wirkte es irgendwie nicht so glaubwürdig. Deswegen, man sollte, finde ich, mit so harten Urteilen, mit solchen Superlativen ein bisschen vorsichtiger umgehen. Ja, einfach anderen nicht zu unterstellen, was sie nicht sind. Das ist, glaube ich, ein guter Grundsatz und je härter der Vorwurf ist, desto besser sollte man vielleicht mal schauen, ob das, was man da sagt, stimmt. Und Antisemit, rechtsradikaler, Rechtsextremer, das ist aufgrund unserer Geschichte so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den du anderen Leuten in Deutschland machen kannst. Also sobald sich das verfestigt, du sagst jemandem, der ist ein Judenfeind und dann macht das irgendwie die Runde und der hat jetzt dieses, ja, der hat diesen Stempel jetzt irgendwie drauf, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, der wird daraufhin Probleme bekommen. Der kann nicht, nicht so ohne weiteres, weiter seiner Tätigkeit nachgehen, wenn das irgendwie in der Öffentlichkeit ist, weil sofort Leute kommen werden, die sagen werden, wie könnt ihr denn diesen Nazi einladen und der wird dann da, der wird dann da blockiert oder es werden dem irgendwie auf welche Art auch immer Gelder genommen, dass man irgendwie seine Sponsoren oder Arbeitgeber oder irgendwen dazu bringt, sich von ihm zu distanzieren. Also das ist eigentlich ein Label, was du nicht haben willst und erst recht nicht, wenn es nicht zutrifft. Dann tut es wahrscheinlich noch ein bisschen doller weh. Ich sehe gerade im Chat die Young Moral Apostel, wir grüßen dich. Und weil es vorhin noch einer im Chat geschrieben hatte, nein, die CIA hat sich den Begriff Verschwörungstheorie beziehungsweise Conspiracy Theory nicht ausgedacht, sondern sie hat ihn strategisch genutzt, um Kritiker der Kennedy, um Kritiker an der offiziellen Darstellung des Kennedy-Mordes zu diskreditieren. Also sie hat diesen Begriff genutzt, sie hat ihn sich aber nicht ausgedacht. Ja, zu eigen gemacht und populär gemacht. Ja. Apropos CIA, MK-Ultra ist auch noch so ein Ding. Ist das eigentlich nachgewiesen oder ist das auch noch Verschwörungstheorie? Was ist MK-Ultra? Ach, das kennst du gar nicht? Nein. Das war ein CIA-Programm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, also wie fundiert das jetzt ist, dass das stattgefunden hat. Es sagen Leute, MK-Ultra ist nachgewiesen, da gab es auch Gerichtsverfahren und alles. Ist nachgewiesen. Okay, also dass CIA wohl Leute, Leuten Drogen gegeben hat oder denen irgendwelche Filme gezeigt hat mit dem Versuch, sich wohl irgendwie irgendwelche Supersoldaten zu züchten oder sowas oder so Versuche zu machen, was man mit denen anstellen kann. Und man soll wohl Leute genommen haben und es sollte so um Mind-Control gehen, dass du denen, also du zeigst denen halt irgendwie, du zeigst denen irgendwelches Videomaterial, du gibst denen Drogen, machst du auch irgendwie Elektroschocks und so weiter und du bastelst halt irgendwie an Menschen rum mit dem Versuch, dass du, wie du Leute irgendwie kontrollieren kannst und angeblich ist auch einer der Opfer dieser Behandlung Ted Kaczynski gewesen, der Unabomber, den kennst du vielleicht. Ja, also Wikipedia, um jetzt nochmal kurz einzuladen, sagt, es existiert und es schreibt sogar, zahlreiche Versuchspersonen trugen bei den Experimenten schwerste körperliche und psychische Schäden davon, teilweise bis zum Tod. Also Wikipedia ist sehr, sehr proamerikanisch, sehr, sehr prowestlich, teilt sehr häufig die Sicht der US-Regierung, das hat jetzt auch nichts mit einer Verschwörung zu tun, sondern es sind ziemlich offen daliegende Netzwerke in der Wikipedia, wenn man hinschaut, die GWOP und die Antideutschen, um da mal die wichtigsten zu nennen. Also GWOP hast du ein Problem mit, oder wie? Nein, nein, da habe ich kein Problem mit, sondern Teile der GWOP, nämlich die Teile, die aufs Zieram gerne schreiben. Die Teile, die jetzt, die Leute, die Sinan noch nicht rauswerfen wollen. Also Leute wie Sinan, die machen da natürlich nicht mit, aber es hat ja bei der GWOP auch mitbekommen, dass es da einige, ja, sehr Vogue geprägte Leute gibt, die werden da vorne mit dabei sein. Ja. Ah, hier, der Una-Bomber, der ist hier, der ist hier auch verlinkt. Okay, hier, Ted Kaczynski, das war tatsächlich der, der, der wurde wohl tatsächlich nachgewiesen, da reingenommen. Also die CIA hat den wohl geschnappt, hat den, hat den irgendwelche ekelhaften Tests gesteckt, haben den, ne, irgendwie misshandelt und als er dann, ähm, als er dann, dann rauskam, hat er halt angefangen, Briefbomben zu verschicken und dann hat man halt gesagt, naja, ist halt, ne, ein verrückter Terrorist, aber man kann sich ja auch fragen, wie er dazu geworden ist. Vielleicht hätte er das nicht gemacht, wenn man den, äh, nicht so behandelt hätte, ne? Er hat mich mit dem Fall von Ted Kaczynski nicht so genau beschafft, äh, befasst, ich habe auch sein Manifest noch nicht gelesen, also sage ich dazu lieber nichts, bevor ich hier was Falsches sage. Man muss ja heute aufpassen, was man sagt, dann ist man ja, wir haben es heute schon besprochen, dann ist man ja sonst was. Also hier steht, dass er, ähm, hier, der, der wurde im Rahmen, äh, hatte was, über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg jede Woche etwa eine Stunde lang großen psychischen Stress ausgesetzt, in dem er in einer Art Verhörsituation verbal erniedrigt wurde. Insgesamt rund 200 Stunden lang und, äh, das war wahrscheinlich im Rahmen von MKUltra, ob man dem auch Drogen gegeben hat, weiß man nicht genau, aber jedenfalls, äh, da war der noch recht jung, da hat man den, halt, ne, über längere Zeit regelmäßig in diese Situationen gebracht und, naja, dann hat der halt irgendwann angefangen, Bomben zu verschicken. Äh, ob es da einen Zusammenhang gibt, wer weiß. Ja, ich würde sagen, damit würde ich das Thema Verschwörungstheorien jetzt fürs Erste schließen. Verschwörungstheorien, ich würde sagen,